Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Leech of Legends mit Shadow, Pille Palle, Shiny Moon und Tracer. Diesmal ein leichtes Bot-Game, weil der Pille Palle es einfach nicht mehr schafft, sieben Punkte im normalen Spiel zu bekommen. Probieren wir es mal so. Ich war Pille Palle. Ich denke mal, ich skill Q zuerst vermutlich. Könnt ihr einmal was sagen, anstatt zu schreiben? Ja. Oh nee, er nimmt alles auf. Jetzt gehst du doch. Nimm seine ganze Karriere. Jetzt gehen wir doch top, dann geht halt top, mir egal. Ja, weil ich nicht eigentlich schließe. Wer ist die Kalle oder was jetzt? Ja. Oh mein Gott, Power hat gefrössert. Marketenklift. Oh mein Gott. Was? Ähm. Wreck it. Dann nochmal. 30 Sekunden bis zum Ende der Fall. Pfff. Pfff. Hahaha. Hahaha. Man muss die Schatten fürchten. Der arme, ähm, Yasmus Ponya. Ah, okay, also. Er spielt. Er spielt auf AD. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Er spielt auf AD. Oh man, Pille. Hahaha. Er spielt auf AD. Ist doch egal, wir spielen ein einfaches Bot-Game, hallo. Leona spielt auf AP. Ja gut, aber bei Evelyn kann schon... Du spielst auf AP, na und? Na und, bei Evelyn kann aber schon einiges in die Hose gehen. Bei dir auch, wenn du AP spielst. Nein. Hahaha. Das läuft, pass auf. Wir hatten ein Bot-Game, hat dir man es geschafft, die Mitte zu feeden. Also, den Bot zu feeden, haben wir verloren. Ach so wie du bei Rammus oder was, wo du dann keinen Bock mehr hattest und wir dann aufhören sollten. Äh. Du mal mit einem... Aua, aua, aua. Na wo? Ich bin da nur AP. Geht weg. Der will mich reporten. Äh. Ich nehme es fort, oder? Ja, ich weiß auch warum. Ey, die haben... AP, es, owns, hab ich gehört. Aber richtig, Junge. Willst du mal einen herziehen? Boah, ich bin so langsam im Schießen, ganz ehrlich, das ist... Ich weiß nicht. Ich streng dran. Meins. Hahaha. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ich sterbe noch. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich hätte gedacht, du gehst mit drauf. Selbst in dem Koop schafft er es immer wieder. Hahaha. Hahaha. Aber das ist unser Schalter. Alter. Alter. Was ist hier kaputt? Will auch noch mal drauf schießen, blöde Evelyn. Ich werde sowieso eine Kills wegnehmen. Das sah ich stehen. Es ist Mittag. Oh, das ist mir schön. Oh, das war... Schade. Hahaha. Die klappen können. Schade. Auf den Schwingen. Haha. Ah, Weiss ist schon fast tot. Schade. Das war eine schöne Idee gewesen. Komm auf Sona. Ja, da sind so viele Minions davor. Verdammt. Nein, die Minions killen mich. Nein, die killen mich wirklich. Leute. Ich bin... Ich bin... Und bei Support. Ich glaube ich kaufe Leona. Nachweiger. Ich glaube ich kaufe Leona. Nachweiger. Schade. Guck mal Toni. Toni, guck mal. Ich habe Freunde. Ich habe Freunde. Geil, Alter. Immer noch. Warum spielt keiner Amumu? Der sucht Freunde. Krasser Scheiß. Ich bin auf Level 1. Bloß weil mein Support nicht beschützt. Was? Er müsste seinen... ...massiven Körper immer in die... ...in die Schussbahn werfen. Die wollen dauernd auf mich drauf gehen. Die sind böse. Ich muss sagen mir gefällt APS. Lass es bitte nicht zugewundert werden. Support! Ich bin dafür shiny zu viel. Äh... Ja, das wäre shiny viel. Okay. Dann schaltet sie ihre Blitzaura an und läuft einfach durch. Das Geil ist, an Leona kannst du auch burscht die Minions zum Gegner ziehen. Äh... Zum Gegner ziehen. Das ist zu geil. Mein Ultjab ist der... Das ist sowieso Dauerkilf. Boah, Blitzcrank! Und bei Support! Ah! Glauben wir doch nicht! Na ja! Glauben wir doch nicht! ZU UNFÄCH! Und dann stirbt... Sau noch was. Ich helfe Fiss nehmen so. Wollen wir da noch eins machen? Dann zeig ich mal wie ich mit Fiss spiel. Blitzcrank! M-Bot Game! Du musst uns da schon im... Oh... In Spiel, Spiel, äh... Zeigen! Aber die Schuhe... Magido Stricken! abklingt hat vorhin noch für deine ulti nämlich in der aber ich mache dann bloß mit den ulti schaden kargis glücksdeutsch soll ich euch gleich mal zeigen wie eine apf wie ein apelioner own kann du uns er euch ja genau so sollte man es nicht machen genau so sollte man es nicht machen genau genau so sollte man es nicht machen eindeutig dann schnappe ich mir eben den weißen Witter snack in the air weg macht eigentlich die ulti die ulti du hast jetzt so einen passiv dauerhaften damage also gegen einen ist die passiv besser und wenn du gegen mehrere antrittst kannst du gern mal deinen blitz aktivieren machst du so um dich herum so eine schockwelle ziemlich geil macht der schaden du hast eine ziemlich kurze cooldown aber während die cooldown ist deine blitz aura weg echt hm wusste ich noch gar nicht das war das war ja dann könnte es vielleicht doch was mit uns werden also was kaufe ich jetzt erstmal schuhe oder was ja schuhe ist bei fast jedem gut wird geschnitten was welche schuhe ist egal nein welche deine und ionischer juhu 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 oder halt so wie tony 5er ähm ja mit uns quank ist 5er ganz gut ne jetzt habe ich die andere weg toll lukas sind deine radleger verdammt hätt ich mir auch ionische holen können ja habe ich wieder gesagt ab dem zeit für deine ulti ich bringe den schnellen ah so ein fucking kaiser hm flaschen flaschen nutze ich auch eindeutig noch zu wenig nuckel purzel ok er geht weg nein aha alter ist nicht dein ernst mann diese verdammten du ja die lagen sich immer von weil auf einmal eine minion wave kam ur plötzlich auch nicht meine kam nicht ne meine kam nicht bloß die von den gegnern kam echt ein leises mann alter es ist langsam echt die die bots immer gepusht werden aber egal dazu sag ich mal nichts ne dumm da geh ich ihm andere schuhe holen krieg das hier alleine hin hoff ich zumindest verbündeter wurde getötet verdammt hihihi 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 lol hihihi lol hihihi es ist ja wo es grüttete hihihi 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 ehm nicht wirklich doch die komplette ap wird übernommen achso ok das meinste so schlecht diese evelyn ganz im ernst hihihi Nämlich eher so ein Ash-Ulti gefällt mir besser. Besonders da kann man quer übers Feld schießen. Das finde ich witzig. Nee, ich meine jetzt von den Werten übernehmen und so. Von dem Effekt her. Von was die Ionisch-Stüfe schon hermachen? Die normale Klinzzeit ist bei knappen Minuten. Sieht ihr das an, Mann? Sieht ihr das an? Du hast geowned. Alter, das sind solche Noobs, Mann. Ey, weil die immer davonlacken, mit eben beiden überleben und ich am Tower-Verrecke. Ich hörte echt ein leises Mami. Was hörst du? Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, verlasse ich das Spiel mehr. Hab ich gebrochen, ja. Mein letztes Bot-Game, was ich mache. Du wolltest ein Bot-Game. Nein, ruhig, das wollte ich Shadow. Was? Habe ich anders in Erinnerung. Oh Gott. Oh, es wird hier in der Mitte-Fieder. Wen denn? Muss bestimmt ein schlechter sein. Halt die Pusse. Wie hessig der ist, ne? Au, ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt-Verbot. Mehr Minions. Mehr Minions. Auch mehr Minions. Ich weiß nicht. Gehen Boots auch SS? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ne, die End kommt nicht. Die End kommt nicht, habe ich gesagt. Ja, okay. Erstmal back. Du musst erst mal alleine flogern. Okay. Also Pille, wir wollten doch nach 10 Minuten schon bellen. Sollen wir aufgeben? Lass mich in Ruhe. Die sieben Punkte solltest du aber schon haben. Meine ich nur damit. Was soll euch denn Inko schönes? Was, was AP macht. Low. Gild ist das, Juni. Okay. Erzähl mal, was will ich gut. Was? Oh. Stab des Erzengels. Stab des Erzengels. Stab des Erzengels. Stab des Erzengels. Nein. Das ist eine Blutdöste. Nein. Dann willst du auf komplett AP oder so? Triforce. AP ist okay. Kauft dir einen Triforce. Frozen Heart. Wie eigentlich passt alles auf AP, was geht. Warum sind wir hier auf einmal ein Renekton? Dass der mitspielt, wusste ich gar nicht. Vielleicht ein Match machen? Nein, das wird nicht. War immer noch genau da, wo er war. Bauen wir in Schurilias Träumerei zusammen. Schurilias Dingens. Abklingzeit. Oder halt Leben ist es drin. Los, ich geh in Bord. Los, go, 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 go. Oh. Oh. Double K.S. Mich machst du mit, Nutz? Sauer. Tod ist Tod. Nee, schade. Nur schon auf die K.S. So schlecht, diese Evelyn. Eine AP Evelyn. Äh, eine AP Evelyn. Was erwartest du? Bei uns geht jeder, fast jeder auf AP, außer der Außenseiter Shadow. Hä? Ja. Du. Achso, auf AP. Ja. Du hast mal aufgeschmitten, deine Ulti abzuschießen. Bin für Turmhauen. Hau deine Beschleunigung rein. Beschleunigung, Dingens. Lol. Da bin ich dann gestorben. Jetzt kommt noch einer, den ich noch nicht gesehen habe. Was? Renekton. Komm, zie mal Renekton her. Ja, der will spielen. Au. Ja. Ja, das sind jetzt auf einmal drei. Das gefällt mir nicht. Gar nicht. Ähm. Sona kommt auch. Das bin ich von... Solche Moves bin ich von einfachen Gegnern gar nicht gewohnt. Oh, das war schade. Ach, das wird nicht. Ich schad mal halb hin. Gut gedacht, schlecht gemacht. Und ich wundere mich, warum die meine Fähigkeiten nicht einsetzt. Jetzt haben wir aufzulecken. Leih. Du auch? Ne. Boah, die töten mich fast. Nein, nicht ich. Kreise Scheiß. Ah, das war knapp. Nein, der blöde bin ich hier. Nein, der blöde bin ich hier. Rettet genau das rein. Das ist der Ende. Nein, Mann. Du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Wise, ich sag's dir. Wer? Ja, sehr schlecht. Gebot. Das habe ich wieder am Hyping. Was ist denn jetzt los, Mann? Zu viel ist... Habe ich denn jetzt offen? Meine Pornos sind da aus. Ach, die laufen noch. Ach, ne, die Download laufen, okay. Heißt, Steam, deswegen machst du auch immer aus eigentlich. 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 Aber das läuft doch dann schon die ganze Zeit, oder? Das ist eiskalten Pornos gelassen. Ich stausse keine Ahnung, der updatet immer meine scheiß Spiele, wenn ihr Portal schon wieder geupdatet. Bock auf einen Portal Coop? Welcher Teil? Ich habe ja ab dem ersten. Ich habe einen Portal gespielt. Oh. Ach, Mensch, die hauen da ab. Hast du das verpasst? Gangt mir mal mit. Oh, wobei, ich habe 3000 Gold. Ich gehe mal zurück. Geh mal shoppen, oder? Oh, halt. Oh, noch nicht ganz 3000 Gold. Eigentlich. Geh weglaufen. Eigentlich will ich die angreifen, aber... Ein bisschen viele, oder? Eins, zwei. Ja, schau doch mal an. Die sind voll low-level. Los, wir gehen drauf. Welchen Nebenmodell? Gern, egal. Hier, Renekton. Alter, ich habe null SPS. Na, schön. Eigentlich brauche ich gar keine Gegenstände. Das geht auch ohne Gegenstände, das Spiel. Dauert halt dann eine Stunde länger. Oh, ja. Lukas. Oh, ich hatte meinen Pfeil gerade, ja. Das ist toll. Macht ihr dann Bonusschaden, oder was? Ich gehe auch mal back. Mein Eispfeil, nee. Mein Eispfeil nicht. Ich mache ja so gesehen, bloß Pfeil, der, die Ulti geht auf AP, und meine Salve auf AD, ansonsten macht nichts anderes. Hm, jetzt brauche ich ein paar Minion-Kills. Der Blutdurst, der wird auch voll genervt. Oder? Oder, Mann? Ja. Nee, ich glaube, der gibt... Ach, keine Ahnung. Ich glaube doch nicht. Man muss die Schatten fürchten, Renekton. Komm her. Verrüchte die Schatten. Süßer. Oder Trundle. Komm, die holen wir uns jetzt hier. Ich dringe dich schnell. Nein! Nix, nein. Hier entkommt keiner mehr. Du hast gezeugt. Das wollte ich hören. Wir sollten öfter gegen eine einfache Bots spielen, das macht Spaß. Lollipops. Da hat man wenigstens mal eine Chance. Null drauf. Ich hab mein Death-Cave, Oli. Glückwunsch. Dafür darfst du dir ein Lolli nehmen. Wirklich? Welcher Geschmack? Lolli-Geschmack. Nee. Oh, eine Sona? Ein einfacher Sona kommt auf mich zu. Ohne sonst jemanden. Doll. Achso, es sind ja einfache Gegner. Alter, du brauchst dich jetzt nie groß. Fühl mal die Bots an, ey, nicht. Oder. Das ist Balsam für das Ego. Besonders, weil dieser Pille-Palle da von der Bots feedet. Let's me. Hey, Ryze. Willst du spielen? Und die Kou-Kou-Kou-Kou-Kou-Kou-Kou-Kou-Kou-Kou. heute las hat aber irgendwie geklappt ich hätte die tower trotzdem 105 so nach tun die tun die tun ich komme gleich warte nein warte ist ja das ist jetzt hätte hier keine hier immer mal ein beispiel von min von mob koles für mich im kiel gehen nein oh mein gott denkt ihr wir haben noch eine chance spiel mit mir so müssen am richtigen spiel auch laufen toni ich kann mir eine salve alle zwei sekunden einsetzen das ist ja schon ein maximus noch mehr wie viel abgelieft verringen hast du bis jetzt so warte ich gucke mal 15 prozent 35 aber mehr geht gar nicht mehr mit dir doch ich könnte mir sowas gucken damit kommt ein eispfeil geflogen und ich treffe hoffentlich wen ich weiß zwar nie wen aber hoffentlich irgendwann und 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 sagen ich habe mitgekriegt das hätte es wohl gern gehabt ich muss sagen AP echt macht fun Sonny 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 ja ich habe einen neuen support entdeckt mit dem blut ausziehen bitte weißt du wie geil das ist 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 3.000 noch ich glaube dass wir gar nicht benötigt ja guck mal BÄM 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 kann ich mir mal den blut durchziehen bitte ok dann nicht was blut durchziehen Hilfe du stehst da ein bisschen drinnen fest ach ich hätte ja Flash aber auf meinet ja ich wehre mich aber auch da drin verdammt ach nein ich bräuchte eigentlich nicht mehr viel dann könnte ich hier komm Bryce wenn ich dich töte Bryce wenn ich dich töte komm her Bryce du möchtest mir Reis geben ich finde das geil wie oft ich das einsetzen kann BÄM 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 Entschuldigung für BÄM 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 ok das war ein fett Akka jetzt BÄM 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 Da drüben geht mehr Action ab. Das sind ein paar Minions. Das sollte man mal ausprobieren. Luxi Anthony! BAM! Ja, du hast jetzt einen ultimativen Char entdeckt. Und nochmal! BAM! Und nochmal! BAM! Irgendwas war das AP-Steige. Und nochmal! BAM! Hast du schon den Hut gekauft? Den könntest du zum Beispiel kaufen. Aber nie so. Oh! Wobei 3, das... Ach 3, kein Problem! Hey du! Wenn er nicht abhauen würde. Abwehr? Wenn er nicht abhauen würde. Alles so kompliziert, ja. Genau. Finde ich auch. Immer mehr, das wird langsam... Ähm... Ähm... ja. Du kannst ja realize Crystal Zepter. Ich starb der Zeit, Alter. Und... Na, ich geh mal zurück. Ähm, kann mir jemand Drachen machen, bitte? Kann ich auf dem Rückweg wieder machen, ja. Ach so, du brauchst den jetzt. Hm. Nein. Sag da frisch nein, oder? Was kann ich da mitmachen? Hm. Ich könnte mir nochmal Boots machen. Was wollte ich mir jetzt eigentlich freuen? Weiß ich denn. Okay, dann brauche ich ihn nicht mehr. Ich mach ihn trotzdem jetzt. Gleich hab ich meine... ...gelieb... ...meinen geliebten Griff des Todesfeuers. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich höre die Punkte. Oh, ich brauche noch viel mehr. Unaufhaltbar. 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 Doppeltötung. 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 Warte, ich hab 48 Sekunden CD. Immer noch 48. Dankweilig. Ich hab den Drachen getötet. Ey, wieso hast du jetzt Drachen gemacht, du? Weil ich gut bin. Oh ja, mein... ... ein süßer. Boah, meine Ulti. Sonnenerexion. Ist überhaupt nie doppeldeutig. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? MF! Friss! Ist das nicht herrlich, einfach mit uns zu fahren? Das nennt man's Heckteam. Man müsste jetzt auch so ein richtiger Spiel machen. So ein Team muss ich mehr haben. Wenn die Gegner dementsprechend wenig drauf haben, gerne. Ey, soll ich das dann mal im Normalen machen? Nein. Lieber nicht. Oh Mann. Mami. Na gut, ein Support ist gerne. Ja, ich will ja Supporten. Muss da auch Support einigen mit Kurven, nicht bloß AP. Du kannst ein Antennes und einiger Kralkoven, na. Äh, wie heißt das? Aucher AP-Altern. Da gibt's Ende, gibt's Ende, Moment. Hier, ähm, wilder Uraltner. Not sein Ernst, oder? Ich deck mal auf. Oh, da kommt schon noch. Nein, wir haben keine Chance. Ich will noch was kaufen. Wir werden gnadenlos verliert. Ulti kommt vorne rein. Ach, mein Ulti ist schneller als so drüben. Und wenn's größte, wie viel bist du da ab? Null-T. Null-T. Dann lehren mal. Auf der Plattform gekehlt. Nicht beenden. Doch, beenden. Wartet, bis ich da bin. Wartet. Da sind so viele Minions. Ja, bin doch da. Juhu. Yes, habt's geschafft. Wir haben Pille zu sieben Punkten, Foul. So kann's gegen Computergegner auf leicht gehen. Wie spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschau.